Musik Der Kurz, unser Genie, macht bewusst unsere Wirtschaft hin. Und es ist wichtig für unsere Kinder und Enkel auch, dass wir in Zukunft auch noch eine Demokratie haben. Und ich glaube, dass wir 2021 an einem Scheideweg stehen, ob wir in Zukunft eine Demokratie haben werden oder nicht. Weil sie machen mit uns genau das, was wir uns gefallen lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Hat der Herr Kurz selber zugegeben in der Pressestunde im ORF im November.